Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Es geht weiter in Welt 2.2. Die Starcoin holen wir dann eh noch nach. Aber erst wenn wir mehr Ausrüstung haben. Was ist hier? Ach so. Okay. Ja, wir sind jetzt da gekommen, offiziell. Müssen wir bitte da hoch. Danke. Was haben die Fesse? Ah, ich kapier's. Spike! Nicht schön dich zu sehen. So. Aber oben ist doch was, da oben ist doch was. Ey, pass doch auf. Alter, Mario! Jetzt ruckelt's doch noch so scheisse. Entschuldigung, aber sowas hasse ich wie die Pest. Wäre alles so gut gelaufen, aber nein. Es muss ruckeln. Na warte. Na warte du! So, was hasse verdient. Seht ihr? Der rutscht wie Sau. Na gut, er rutscht jetzt wirklich, aber das ist ein anderes Thema. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Pfff! Alter! Spinnst du eigentlich? Warte. Okay, okay. So viel Skill muss er. Der nervt aber auch. So, 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 geh doch da hoch, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt, man, ich hasse das, wenn das so ruckelt, Entschuldigung, aber ich, ich bin immer so gut im Laufen, dann ruckelt immer an der schönsten Stelle, naja, nach oben, obere Etage, Herrenunterwäsche, Spielekonsole, was machst du hier, was machst du hier, so, beng, beng, das ruckelt einfach so, die V-Teile, manche V-Spiele ruckeln einfach, warum eigentlich, was soll das, ich hab noch keine Starcoin, das gefällt mir überhaupt nicht, nein, nein, das gefällt mir nicht, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin kein solcher Typ, keine Sorge, dafür denke ich zu logisch, Ja, schön, schön, ruckel wieder, ruckel wieder, komm, lass es raus, lass es raus, okay, lass alles raus, ruckel, was das Zeug hält, hab ja eh nichts anderes zu tun, so ist es hier Also, aus diesem Level, aus diesem Level werde ich nicht schlau, ich hatte so viele Nischen, die anscheinend für nichts sind, bom, okay, ich werde aus dem Level überhaupt nicht schlau, Geh mal weg Geh mal weg Ich hab schon alles verpasst, oder? Seid doch ehrlich zu mir Verpasst jedoch alles am laufenden Band Wenn das nicht stimmen sollte Ja Aber hab eh Ja, ich muss, ich muss das, glaube ich, machen, wenn Ich alles geschnitten hab, denn so ruckelt es einfach wie Sau Und so kann man kaum richtig let's playen Aber das mache ich jetzt noch zu in diesem Part Doch wenn ich hier anstelle, wenn ich mich hier anstelle wie abgelaufene Margarine Tja, was soll's Nichts gefunden, ausser schinkende Socken Nicht mal die hab ich gefunden Geh mal weg So Tja, tut mir leid, ich hol das noch nach, wenn ich die Festplatte wieder sauber hab Aber ich hab immer noch so viel drauf, hab so viel aufgenommen Letzten, gestern Abend und jetzt, heute Muss Platz machen Muss Platz machen Okay Okay, weiter geht's Und zur Feier des Tages Ja, wir haben ja kaum was Arrg Nicht schön, nicht schön Doch, doch, natürlich schon Okay Bald ein Stachig vergessen Okay, es wird eine Höhle sein Es wird eine Höhle Damit kann ich leben Gehst du da bitte rein Nicht herumtänzen darauf Oh ne, 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 oder? Eine finstere Höhle Finsternis Ich hasse sowas Nein, ehrlich, ich hasse sowas Höhlenlevel Wo man nichts sieht Wenn wenigstens noch Irgendwie ein Baby Yoshi da wär, ne? Aber nein Konste Knie Geh Hast du verdient Jammer nicht Geh weg Mann Aha Wusste ich's doch Wusste ich's doch Pfff Das kommt euch nicht drauf an Denn wir haben ja schon ein Item Was ist alles hier? Da vier? Nee, oder? Kein Starcoin Nichts Gleiche Dann besch ich dich halt runter So fiss bin Ja, hallo? Immerhin Die Ehre ist ein bisschen wiederhergestellt Aber keine Starcoin? Ich wollte mich doch veräppeln Ohne iPod Ja, ich verspreche Der nächste Part Wird's wieder flüssiger Laufen Und ich geb mir mehr Mühe Ich hasse Finsternis-Level Ich hasse solchen Schmodder Echt jetzt Ich hab mich sehr auf das Let's Play gefreut Aber solch Aber wenn die Die Festplatte voll ist Und wenn Höhenlevels Da bin ich nicht gut drauf zu sprechen Aber ich geb mir Mühe Ich geh mit mir Wir haben ja unseren Spass Ich hasse solche Levels Ich hasse sowas wie die Pest Wenn man nichts sieht Und immer Angst haben muss man rennt in den nächsten Gegner ein Ja, ja Ja, ja Ja, ja Höhen die solche Levels Ist das was für euch? Und das hat ja auch No James Punk die auch Doktor No Das ist noch nicht Mal was drin Hier was drin Hier was drin Ihr wollt mich doch veräppeln Ihr wollt mich doch veräppeln Meidem breit nix los Da könnte was sein Nein, da komm ich nicht drauf Tschüssi Ah, das ist Setting von Super Mario Brothers 3 Da geht's Hallo Ah Ich schaffe es nicht mal da zu springen Ja, ja, ja Komm schon Geht doch Geht doch Endlich wieder mal Hell Und ich warte Lasst euch Zeit Zeitkumpels Kein ist Darkoi Weil da oben Da oben vielleicht Da oben vielleicht Das könnte noch sein Ist doch kein Link Mach mal schon Komm, Timing Timing Zieh Jetzt ist das nix Was wenn da nix war Nein, die Levels Mach ich da nochmal Alles Wenn Ich die TV Äh, die Festplatte Geräumt habe So bringt das nicht viel Aber wir machen die Levels Trotzdem Ich schau Ich schau wie der Teufel Was hier sein könnte Und dann könnt ihr auch was sein Ist aber nix Ist da was Aha Aha Geh mal weg Geh mal weg Geh mal weg Tja Eine Starcoin Und die wie viel Tee Es ist die Erste Was Echt jetzt Okay Mein Rufas Let's Player Ist Ein bisschen Gestiegen Da kommt man nur mit Mini Pils ran Mini Pils haben wir da Haben wir ja Aber wenn schon Die TV Karte Wenn schon Die Festplatte Spuckt Also die Dingens Der Platz drauf Denn wenn man zu wenig Platz hat Habe ich nicht Ein Checkpoint Aktiviert Es war mir so Es war mir so Ja Genau Aber ich hasse Echt solche Levels Ich könnte Ich verfluche dich Echt jetzt Ah Die Starcoin Ist auch gespeichert Okay Alles easy Alles easy Man muss höllisch Aufpassen Hier Ne Zweite Starcoin Wow Jetzt läuft es wieder Juhu Freude herrscht Und er sockelt auch wieder Ha Ich habe es mir noch gedacht Als ich dem in die Finger laufe Na ja Einmal ist keinmal Don't make a bullshit Okay Eine Starcoin fehlt noch Und ich glaube damit Müssen wir Mini Mario sein Aber Solange die Festplatte Die Festplatte noch so voll ist Kann ich sie kriegen Hier hätte ich eigentlich Unendlich Leben holen können Ne Aber Aber es verpennt Das kann ich immer noch Was gehe ich jetzt nicht ein Das Risiko Nein, nein Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein Mit Klein Mario Nicht Okay Roi 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 Und Siegfried dazu Du bist es bereuen Kapiert Bereuen Links oder rechts Ich nehme mal Links Der Umweg Aha Aha Nein Auf die andere Seite bitte Nochmal Nochmal Gut Schön Gefällt mir Gefällt mir Achso Wir kommen da raus Oh Meine Herren Du Noch ein Trottel Was machst du denn hier so alleine Herum Trotteln Ja Sieht so Aus Hier nix Doch Schittert Was nehmen wir denn Ein Propellerbild Tja Timing ist alles Leute Freunde Da oben ist nix Ne No Dann Warte da drüben Vielleicht Was Münzen Okay Hier ist nix Ne Rein Gar nix No Und hier Auch nix Ah Ja ich schäme mich dafür Ich schäme mich dafür So Ne So das Kamek Bist du das Boom Ja reicht nicht Reicht bei weitem nicht Achso Achso Wie wenn da eine Starcoin wäre Das ist eine Starcoin Was heißt das für mich Ich hab nichts verloren Also Opfer Hey Moment Jetzt kommt da plötzlich Raus Dass man doch noch hoch Hätte kommen können Ich opfe mich So was aber auch Wer schmeiss hier sonst Mal dahin Und Erstes Starcoin Dankeschön Wah Fahrt euch noch mehr runter Ja 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 Ihr Knochen Drottel Euch mag ich irgendwie Weiss nicht warum Aber ich hab euch gern So makaber Wie ihr seid Hallo Yo Wo Wo Und hier ist auch was Immer passioniert Pfeu Boah Guter Zielwasser Aber leider zu wenige Sachen Gut Checkpoint Ja ja Eee Tier ist nix Gar nix Ganz sicher Ganz sicher Jo Wiii Hör doch mal auf Es nervt langsam Trifft mich ja eh nicht Trifft mich ja eh nicht So Aha 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 Außer Spese Nix gewesen Okay Okay Jo Gut Wenn es Starcoin da oben gewesen wäre Wäre es jetzt untergefallen Es war sogar Starcoin Geil Und das wolle ich Das wolle ich Hallo Das will ich Hup Pff Ja Story of my life Sag doch Story of my life Da rein Da rein Da rein Was ich sag He 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 Ah nein Der Mensch Der Mann Dein Yo Geil 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 Danke Geil Mehr will ich ja auch nicht Tchoo Hohoho Ja Du blöde Sau Was nehme ich dir übel Tja Ja wo sie früh Aufstehen Fünf nach zwölf Hallo Ja Die dritte Starcoin Oin So soll es ja den Leuten ergehen Die nicht so gut sind Ne Oder mir Ah nein So Hör mal auf Du nervst Das soll ich kommen Das soll ich kommen Ja Wer zuletzt lacht Selber wie Sagt ihr wer Wie macht Was hat doch Keines Starcoin Hä Was hat denn die Was hat denn die Was hat denn die Den Gefäller Den Gefäller Das soll ich Soll ja vorkommen, ne? Geh mal weg! Große Radius haben die! Selber weh! Jump! Doch dahin! Wo du willst! Ah! So! So! Ich hab den noch gesehen! Jetzt! Schön, die Stelle! Ich hab grad gedacht, da war doch die Stelle! Komm schon! Der Reulach zu blöd! Was willst du noch bereuen? Da war's! Da war's! Sauber! Boah! Schreck mich doch nicht so! Pilz, please! Danke! Ein Pilz! Ein Pilz! Ja, was denn? Was denn jetzt? Pilz oder ein Pilz? Boah! Schön! Ah! Dong! Dong! Schön! Wohin! Halt! Wohin! Wohin! Wo fällst du hin? Echt jetzt? Doch nicht die Possibility! So! 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 Wenn da das Item ist, dann muss ich ja nicht hoch, ne? Bebebebebe! Oh! Tja! Eieieiei! Eieieiei! Der will mir auch noch ans Leder, du! So! 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 Ah! Hab's noch kommen sehen! Mein Item hier? Schweinerei! Ah! Nein! Mach doch nicht so was mit mir! Item! 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 Schweinerei! Vielleicht schaffen wir's ja! Vielleicht schaffen wir's ja! Roy! Ja! Staunst du, ne? Oh! Da soll ich jetzt Angst haben? Hallo! Da! Kriegst du nix! Es ruckelt dich auf! Schön, schön, schön! Nochmal! Nochmal! Vielleicht geb ich nicht auf! No way! Immer im schönsten Moment! Ne? Immer im schönsten Moment! So! 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 Äh! Komm hier! Da hoch! Da gibt's es direkt! Schön alt! Hallo! Rein! Da! Ich drog an! Rein! Muss ich dich drillen, du? Ja! Ja! Drillmeister hier! Äh! Falsche Seite! So! Und dann soll ich das gehen! Oder auch nicht! Jo! 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 Yes! Kann's ja weitergehen! Boing! 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 Ja! Hab' mir schon gedacht, dass das dann kommt! Jump, jump. Nicht mit mir du, nicht mit mir. Nein, nein, komm schon. Ich kenne dich doch, ich kenne dich doch. So, Boss, ich habe viel mehr zu beigen als vorher. Also, zwischen Boss, ja. Okay, dann geht's auf hier, tap, tap. Jetzt ist auch ein Sound von dir. Habe ich aber nicht. So auch. So, Astrid, ich werde noch fast in die Lava geplumpst. Es ist ein Sand, das ist ein Sand. Puh, schön. Genau. Gut, gut. Also Leute, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und wir sehen uns. Lecker mio. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal. bei uns im nächsten Mal.